hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf meinem kanal wir spielen wieder ttt ttt das traitor system ja stimmt eigentlich aber egal so da ist ne kiste da ist ne und da kleiner ich muss mit dem nase putzen aber wahrscheinlich weg so ach ja mein zimmer ist ja rumgestellt so mein gott bin ich mit vielen traitern und sind eine volle lobby ist auch nicht so oft bei ttt soll ich live gehen jetzt ich mach gerade video sollte ich dachte sie sehen mich dann auch an den hallo ja ja weiß ich weiß ich weiß ich bin doch hier tippt 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 okay die kämpfe sind ja okay der ist ja auch allerdings wenn ich den einfach umbringe hey ich hab den umgebracht alles gut das gewinnen wir auf jeden fall ich kopf wie kommt man nach oben komm 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 hier sieht mir nur einer wo ist der hältst du jetzt oben ja ja der ist oben kommt von sich ja auch hoch hier hier ist er leiter der war hier nein gg ey aaaah ja oh nein wir können das noch sogar verlieren wo sind denn die der kämpft der kämpft oh der hat ein eisenschwert das ist fies der der glaube ich auch mal ein eisenschwert der kämpft der kämpft der soll nicht kämpfen der soll halt null kämpfen der soll halt null kämpfen oh eigentlich mein finger ist ganz kalt der ist da unten komm der ist oben der ist oben der ist oben der ist oben der kämpft halt so hart der kämpft halt mir ich hätte ihn einfach nur umbrinke sollen wo ist denn dings da ok nun ist der hier ok der ist da ja aber nicht auch so dumm da ist er ja da unten da 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 weißt du siehst mich nicht aber da bitte als ob er das nicht gesehen hat hä das kämpft doch mal wieso liegen hier dings ja jetzt kämpft hä kämpft doch so kämpft doch ne der hat kein eisenschwert oha 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 komm ja wir haben gewonnen äh oder auch nicht oh schade dass wir nicht gewonnen haben gut äh äh sind da alle drin ne sind da alle drinne ne sind nicht alle drinne da ist zum beispiel Dings nicht drinne hoha 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 hoh ha hoha dann wollen wir mal da ist eine da ist einer und da ist er ganz wirklich live also folgt den mal ich fotografiere mit dem folgen auch ich bin die tägliche wenn im test des anzügensspiel wird er vorgeworden dass er weiterentan wird auch mal diese coole sachen das hier gibt wichser ich habe mir nur sein getötet ich schäme mich ich dachte hier wurden ja drei stücke tötet wollte ist ja auch schon tot so ihr macht das schon eigentlich so nicht alle folgen nur part ok ich würde eigentlich was anderes schreiben gut eine runde machen wir jetzt auch wo vier drin sind ja und voll ist die lobby das ist so geil vielleicht nehme ich auch gleich noch eine folge auf macht das gut spaß dann kommt ganz viel ttt definitiv ich hab's gefällt wie auch jedes mal das anime-video kommt gleich schon ich kann nicht schreiben gleich drittes ich bin treter mit leon gott achtung hat der hat da so ein hagen online kann man hier rauf hier kann man rauf oh nein der ist tot hat er war wieder zu gierig ich will eigentlich wenigstens in türen den ein ding wer war okay kann man auch hoch acht spieler leben noch ja danke jetzt gut aber das war schon mit der klinge auf eine runde ich hoffe es hat euch gefallen lassen leichter oder ein kommentar da ihr wollt muss ich da rein ja gut haut rein wir sind es im nächsten video ciao ciao